Auch Mario Ulbrich ist in diesem Jahr bei Auebad Schlemerhörth wieder mit dabei. Der Redakteur der Freien Presse hat allerdings auch diesmal keine leicht verdauliche Kost im Gepäck. Der Grünheiner hat bereits mehrere Romane in verschiedenen Genres und mehr als 100 Kurzgeschichten veröffentlicht. Unter dem Pseudonym U. Ulbrich schreibt er eine Serie von Action-Thrillern für den Retrom-Verlag Berlin, deren Bestandteile Kryptozoologie, Aliens und Mythen der Menschheitsgeschichte sind. Nach Tunguska, Bärenblut und Eiland folgt in diesem Sommer der Roman Partisan, in dem ein deutscher Scharfschütze und seine sowjetische Gegenspielerin im Zweiten Weltkrieg mit Flugscheiben und rätselhaften Supersoldaten konfrontiert werden. Die Geschichte Zwergengold aus diesem Podcast stammt aus Ulbrichs Story-Sammlung Mordshappen. Es ist eine Bergbau-Erzählung aus dem Erzgebirge, die unversehens in Horror umschlägt. Zwergengold, das Erzgebirge, Gegenwart Der Rabe krallte sich an den Felsvorsprung wie an ein Buffet voller Aas. Augen schwarz wie eine endlose Nacht beobachteten die beiden Männer, die sich dem Felsen näherten. Ihr Atem kondensierte in der feuchtkalten Luft zu Nebel, während in den Wäldern im Grenzgebiet zwischen Sachsen und Böhmen ein weiterer Tag heraufdämmerte, an dem der Winter noch nicht gehen und der Frühling nicht kommen wollte. Reste verharschten Schnees und steifgefrorenen Laubs knirschten unter den schweren Bergstiefeln der Männer und noch immer blieb der Rabe auf der Felsnase sitzen mit lauerndem Blick. Wenn er wegen der Eindringliche beunruhigt war, so zeigte er es nicht. »Siehst du den Vogel?« keuchte Rolf, der Ältere der beiden. »Er sitzt immer hier. Er hat mir den Eingang gezeigt.« »Wie das?« wollte Frank wissen. »Ein altes Bergwerk. Das ist ein verschütteter Hohlraum, richtig? Wir Menschen mögen die Öffnung im Vorübergehen übersehen, aber nicht die Tiere. Mater, Mäuse, sie graben sich hinein. Und wenn so eine Maus dann ihren Kopf nach draußen steckt, »zack«, schlägt der Rabe zu. »Er hockt dort oben, weil er weiß, dass es hier unten Beute gibt.« Der Vogel auf seinem Ansitz blinzelte. Ein finsterer Jäger, der sich um sein Geheimnis betrogen sah. Als die Männer den Felsen erreichten, schwang er sich krechzend in die Höhe, überließ ihnen widerstrebend sein Revier. Aber er flog nicht weit, sondern verschwand nur einen Steinwurf entfernt im federnden Geäst einer hochaufragenden Blaufichte. Er würde wiederkommen, das war gewiss. »Ein Rabe, der das Rätsel gelöst hat«, Frank schüttelte den Kopf. »Das ist sowas von cool!« Rolf ließ den Rucksack mit den Werkzeugen zu Boden kleiden. »Naja, der Vogel war hilfreich, aber verräterisch waren die alten Zeichen, die ich gefunden habe, von den Walen.« Rolf und Frank waren Befahrer. So nannten sich die Angehörigen der kleinen, verschwiegenen Gemeinschaft von Abenteuern, die vergessene Bergwerke aufspürten, um ihnen ihre Geheimnisse zu entreißen. Seltene Mineralien, Relikte vergangener Zeiten, Werkzeug vielleicht, zurückgelassen von den Altvorderen. Die Befahrer waren Höhlenforscher, Historiker und Schatzsucher in einem, und das Erzgebirge war ihr Eldorado. Im Mittelalter hatten Bergleute hier unzählige Stollen unter die Erde getrieben. Das Wissen um viele von ihnen war im Lauf der Jahrhunderte verloren gegangen. So wie das Wissen um den Blutstollen, der nur eine Legende war und eigentlich nicht einmal das. Bloß ein altes Gerücht, das im Wandel der Zeiten schon fast vergessen worden war. Doch Rolf mit seinen 60 Jahren gehörte zu den Alten unter den Befahrern, und er hatte andere gekannt, die vor ihm zu den Alten zählten. Unter ihnen war die Mär vom Blutstollen weitergetragen worden, einem alten Bergwerk irgendwo auf dem Kamm des Erzgebirges, von dem keiner wusste, wer es errichtet hatte und was in ihm abgebaut wurde. Es war ein Rätsel, das Rolf nicht losließ. Hans, von dem er vor Jahrzehnten in die Szene eingeführt wurde, hatte fest an den Blutstollen geklaubt. Hans vermutete sogar, dass sich dahinter ein Goldbergwerk verbarg und dass der Name Blutstollen von den Kämpfen herrührte, die um seinen Besitz ausgetragen wurden, von Gier, Heimtücke und Mord. Als Hans starb, hinterließ er seinem Schüler alles, was er über den Blutstollen herausgefunden hatte. Viel war es nicht. Doch falls es sie gab, so musste die verrufene Grube irgendwo zwischen dem sächsischen Karlsfeld und dem böhmischen Brebutz zu finden sein. Ein Gebiet von ungefähr 50 Quadratkilometern Hochwald, unterbrochen nur von Moorflächen und Bergwiesen. Wenigstens die konnte man bei der Suche nach einem Untertagebau ausschließen, denn ein Stollen in einem Feuchtgebiet wäre gnadenlos abgesoffen. Rolf glaubte nicht, dass er ein Goldbergwerk finden würde. Zwar war aus Flüssen im Erzgebirge Gold gewaschen worden, doch nur mit geringem Erfolg und von einer ergiebigen Ader in einem Berg war nichts überliefert worden. Vielleicht hatten die Altvorderen die geheimnisvolle Grube Blutstollen genannt, weil auch sie einer Legende aufgesessen waren und ihr Blut umsonst vergossen hatten. Doch allein die Bestätigung, dass es zwar keine Goldmine gab, aber einen vergessenen Schacht, wäre ein Erfolg für einen Befahrer. Mit ihren Spitzhacken legten sie den Stolleneingang frei, ein niedriges Loch, das unter den grauen Fels führte. Ein Laie hätte die Öffnung wohl für einen Dachsbau gehalten. Der Rabe, unsichtbar zwischen den Ästen der Fichte, ließ ein raues Krächzen hören. Ich hätte nicht erwartet, hier oben so einem Viech zu begegnen, sagte Frank. Eher einem Krähenpaar. Raben sind doch verdammt selten, oder? Rolf zuckte mit den Schultern. Naja, das ist ein alter Rabe. Er wird wohl durch Zufall auf den Futterplatz gestoßen sein und ist geblieben. Jetzt verteidigt er sein Revier gegen alle Krähen. Einen Platz, an dem er so leicht Beute machen kann, findet er so rasch nicht wieder. Klar, aber ab und zu eine Maus, die aus dem Stollen kriecht, reicht das einem so großen Vogel als Nahrung? Rolf blieb die Antwort schuldig. Das Stollenmundloch lag frei. Sie setzten ihre Schutzhelme auf, überprüften die Ausrüstung und glitten die Köpfe voran in die Dunkelheit. Rolf hatte Jahre für die Suche nach dem Blutstollen gebraucht. Selbst mit seinem Wissen um das in Frage kommende Gebiet schien es aussichtslos zu sein, denn die Hinweise, die den Befahrern für gewöhnlich die Nähe eines alten Bergwerks verrieten, fehlten. Es gab keine Halten oder Pingen, jene Trichter im Gelände, die entstanden, wenn ein verwitterter Lichtschacht Jahrzehnte nach der Stilllegung des Bergwerks einbrach. Das alles konnte nur bedeuten, dass da nichts war. Rolf stand kurz davor aufzugeben, als er die Zeichen im Fels entdeckte. Die dünnen Rillen, die vor einigen hundert Jahren ein Steinmetz hinterlassen hatte, waren teilweise mit Moos bewachsen. Sie zu finden, war reines Glück gewesen. Ein Symbol war in den Fels geritzt, das einen Geistlichen darstellte, einen Bischof, wie man an seinem Krummstab ablesen konnte. Neben der Figur standen drei Kreuze. Beides zusammen bildete ein Walenzeichen und hieß so viel wie »Da liegen viele Goldkörner«. Also doch eine Goldmine? Walen. Das war im Mittelalter der Name der Einheimischen für Bergleute aus dem fernen Venedig gewesen, die auch im Erzgebirge Spuren hinterlassen hatten. Die Walen suchten Mineralien für die Herstellung des berühmten venezianischen Glases, doch die Landbevölkerung glaubte, sie seien hinter Gold und Silber her und spionierte ihnen nach, um sich ein Stück vom Kuchen abzuschneiden. Fanden sie nur scheinbar wertloses Gestein, sprachen die Einheimischen von Zauberei, denn natürlich mussten die Fremden das Gold verhext haben. Manche Forscher glauben heutzutage sogar, dass die Walen, kleine gedrungene Südländer, den Stoff für die Zwergensargen geliefert hätten. Der Bischof mit den drei Kreuzen war eines der Zeichen, mit denen die Venezianer ihre Fundstätten kennzeichneten. Viele Goldkörner. Zwergen. Gold. Rolfs Erregung wuchs. Doch was konnte der Totenschädel neben dem Bischof bedeuten? Ein Totenkopf, auf Latein kaput mortuum, war ein altes alchemistisches Symbol, kein Walenzeichen. Er stand für Morellensalz, ein Eisenoxid, das man unter großer Hitze aus Pyrite gewinnen konnte. Mit Gold hatte das nichts zu tun. Und obwohl man jenes kaput mortuum einst zum Polieren von Glas verwendet hatte, war der Totenkopf, soweit Rolf wusste, von den Walen nicht benutzt worden. Es war verwirrend. Aber der Stollen war hier, direkt unter der Felswand mit den seltsamen Zeichen. Der Eingang hatte sicher verwahrt unter einer dreifachen Schicht aus Geröll, Erde und Moos gelegen. Und wären die Mauselöcher nicht gewesen, hätte Rolf trotz seiner jahrzehntelangen Erfahrung den Stollen vermutlich übersehen. Wer immer das Mundloch vor langer Zeit verschlossen hatte, wollte offenbar nicht, dass der Blutstollen entdeckt wurde. Die Helmlampen der Männer tauchten den unterirdischen Gang in einen fahlen Schein. Keine Mücken, stellte Frank fest. Das ist seltsam, oder? Frank war ein Neuling unter den Befahrern. Der Ausflug in den Blutstollen war seine erste große Expedition und er wollte seinem Mentor beweisen, dass er die Lektionen behalten hatte. Am Anfang eines Stollens gab es immer Mücken. Sie liebten die kühle Feuchtigkeit, die hier herrschte und hätten durchs Licht der Lampen tanzen müssen, aufgeschreckt von der Helligkeit und der Körperwärme, die so unvermittelt in ihr Refugium eingebrochen waren. Aber hier war von dem Blutsauger nichts zu sehen. Was mochte sie fernhalten? Auch Rolf hatte keine Erklärung dafür. Er tat es mit einem Schulterzucken ab und wies auf den Boden. Sie standen in Pfützen aus rötlichem Schlamm. Oxidiertes Eisen. Rost. Das spricht für die Theorie, dass man hier Pyrite abgebaut hat. Katzengold, erklärte Rolf, vermutlich zur Herstellung von Morellensalz. Er lachte kurz auf. Echtes Gold, werden wir also bestimmt keins finden. Der Hauptstollen war fast zwei Meter breit und so hoch wie ein halber Mann. Sie konnten sich nur gebückt vorwärts bewegen, kamen jedoch rasch voran. Für sein hohes Alter war das Bergwerk gut erhalten. Nur selten war Gestein aus der Decke gebrochen, um ihnen den Weg zu versperren. Doch immer wieder zweigten Gänge ab, die zu schmal waren, um hindurch zu kriechen. Solche Nebenstollen waren nichts Ungewöhnliches in einem Bergwerk. Aber Rolf fragte sich, welchem Zweck sie gedient haben mochten. Selbst die klein gewachsenen Walen aus dem Mittelalter hätten sich kaum in diese Löcher zwängen können. Und arbeiten konnte man in dieser Enge gleich gar nicht. Womöglich ist das hier ja wirklich ein Zwergenbergwerk gewesen, frotzelte Frank. Dann prallte er gegen Rolfs Rücken, denn der ältere Befahrer war abrupt stehen geblieben. Er stand vor einem Loch im Boden, einem Kamin, der fast senkrecht nach unten führte und auf dessen Grund im Schein seiner Lampe etwas aufblitzte. Hol das Seil aus dem Rucksack, murmelte Rolf. Rolf stieg als erster hinab. Frank sicherte das Seil. Nach vier Metern endete der Felsschlauch und Rolf stand in einer Kammer, an deren Wänden Feuchtigkeit glitzerte. Leuchtmoos tauchte den steinernen Raum in einem goldgrünen Schein, als es das Licht von Rolfs Helmleuchte reflektierte. Doch der Befahrer hatte keinen Blick für das Naturwunder. Der glitzerte Gegenstand, den er von oben gesehen hatte, beanspruchte seine gesamte Aufmerksamkeit. Es war eine Bergmannslampe. Nein, nicht eine, sondern Dutzende. Achtlos hingeworfen bildeten sie einen ausgedehnten Haufen, wie eine Schneewehe aus Metall. Es waren uralte Lampen darunter, die mit Öl oder Talg gefüttert werden mussten und deren Reflektoren aus poliertem Kupfer bestanden. Es gab Leuchten, deren Flammen von einem Zylinder aus Glas vor dem Verlöschen geschützt wurden und Lampen aus der Neuzeit, die ihre Energie aus einem Akkumulator bezogen. Obenauf lag sogar eine moderne Stirnleuchte, wie Höhlenforscher sie trugen. Sie konnte keine 20 Jahre alt sein, schätzte Rolf. Einige der alten Lampen wurden in der Szene für ein kleines Vermögen gehandelt. Sie waren über einen Schatz gestolpert. Doch Rolf beschäftigte etwas anderes. Wie kamen all diese Lampen hierher? Der Fund bewies, dass andere Forscher vor ihnen den Blutstollen gefunden hatten. Aber das war nicht das Entscheidende. Licht war der beste Freund des Bergmannes in der ewigen Dunkelheit unter Tage. Welcher Bergmann würde jemals sein Geleucht zurücklassen? Freiwillig tut das keiner, dachte Rolf. Sie folgten dem Hauptstollen tiefer in dem Berg. Das Rätsel der verlorenen Lampen spukte durch ihre Köpfe, aber der Forscherdrang trieb sie weiter. Was mochte der Blutstollen noch für Geheimnisse für sie bereithalten? Frank machte den nächsten Fund. Eine Scherbe, die zwischen ein paar heruntergebrochenen Steinen lag und sich beim näheren Hinsehen als Knochenfragment entpuppte. Sie vermochten nicht festzustellen, ob es sich um ein Stück von einem Schädel handelte oder ob es zu einer Beckenschaufel gehörte. Auch die Frage Mensch oder Tier konnten sie nicht beantworten. Rolf und Frank waren Bergbaufreaks, keine Anthropologen. Zusammen mit dem Lampenlager beschwor dieser neue Fund aber beunruhigende Überlegungen herauf. Und dann rochen sie es. Der sanfte Luftzug, den sie durch das Öffnen des Stollens in Gang gesetzt hatten, trug den Gestank von Tod und Verwesung heran. Widerlich süß und beißend ranzig zugleich. »Lass uns umkehren«, brachte Frank gepresst hervor. Rolf schüttelte den Kopf, während er gebannt ins Dunkel starrte. Irgendwo dort hinten, wo der Schein ihrer Helmlampen nicht hinreichte, wartete die Antwort auf ihre Fragen. Er hatte nicht Jahre seines Lebens mit der Suche nach dem Blutstollen verbracht, um jetzt aufzugeben. Weiter knurrte er und robbte voran. Fast unmerklich war der Gang schmaler und niedriger geworden, als wolle er das Fortkommen der Männer behindern. Ihnen die Geheimnisse des Bergs vorenthalten. Aber Rolf kroch beständig weiter und Frank folgte ihm. Dann versperrte ihnen ein Kadaver den Weg. Ein toter Leib aus asigem Fleisch und borstigem Fell durch das gebrochene Rippen spießten. Gelbe Hauer glänzten matt. »Was siehst du?« drängte Frank von hinten. »Ein Wildschwein«, sagte Rolf. »Es ist nur ein totes Schwein.« Er seufzte erleichtert, denn er hatte Schlimmeres erwartet. Franks nächste Frage dämpfte seine Erleichterung jedoch wieder. »Wie ist es hier reingekommen?« »Ich meine, der Eingang war doch fest verschlossen. Da konnten nur ein paar Mäuse durch, kein ganzes Schwein, oder?« Tiere, die dem Tode nah waren, schleppten sich manchmal in eine Höhle. Das war bekannt. Einmal hatte Rolf das Skelett eines Fuchses in einem Stollen gefunden. Aber Tiere machten die Türen nicht hinter sich zu. Der Stollen war scheinbar unberührt gewesen, als sie ihn fanden. Außerdem krochen Tiere nicht so weit ins Dunkel. Sie mussten jetzt, wie viel? 300 Meter zurückgelegt haben. 400 vielleicht. Dieses Bergwerk blieb auch nach seinem Auffinden ein Rätsel. »Wir sollten von hier verschwinden,« sagte Frank. Rolf schüttelte den Kopf. »Es muss einen zweiten Zugang geben. Das ist die einzige Erklärung. Theoretisch sollten wir an dem sogar näher dran sein, als an dem Mundloch, das wir freigelegt haben. Wir sehen uns das genauer an.« Aber sie fanden keinen Ausgang. Der Stollen führte immer tiefer ins Gebirge. Nach wie vor zweigten alle paar Meter Querschläge ab. Zu klein für einen Menschen, aber dennoch über eine weite Strecke ausgebaut. Rolf leuchtete in eins dieser Löcher hinein, und der Schein seiner Lampe verlor sich in der Ferne. Dann stießen sie auf die Schädelstätte. Der Gang war auf einmal abschüssig geworden. Beinahe wären sie auf dem nassen Boden ins Rutschen gekommen, doch die schiefe Ebene endete abrupt in einer weiteren Kammer, in der sie aufrecht stehen konnten. Diesmal gab es kein Leuchtmoos an den Wänden, sondern plastische Strukturen, Rundungen von der Farbe matten Elfenbeins, durchbrochen von schwarzen Schatten. Sie brauchten einige Herzschläge, um zu begreifen. Leere Augen starrten sie an. Die Augenhöhlen von Totenschädeln, die an den Wänden gestapelt waren, Reihe um Reihe übereinander. Scheiße, was ist das, presste Rolf hervor. Auf den ersten Blick wirkten die Schädel menschlich. Aber das waren sie nicht. Zu klein, zu rund. Den Schädel eines Menschen konnte man grob als ein Ei beschreiben. Das hier waren knöscherne Kugeln. Die Augen standen eng beieinander, die Nasenhöhlen wirkten deformiert. Diese Schädel waren abartige, fremde Kinderköpfe. Starchild, murmelte Frank. Was? Sternenkinder. Der Schädel, den sie 1930 in Mexiko gefunden haben. Manche glauben, dass er einem Außerirdischen gehörte. Die hier sehen fast genauso aus. Außerirdische? Rolf schnaubte. Schwachsinn. Warum nicht gleich Bergmenschen oder Bergwärtsdämonen? Meinetwegen auch Zwerge. Vielleicht haben die alten Sargen ja einen wahren Kern. Die Zwergensargen sind auf die Walen zurückzuführen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Das hier sind jedenfalls nicht die verrotteten Köpfe von Venezianern. Das musste Rolf zugeben. Er wollte sich hinsetzen, um nachzudenken, sprang aber sogleich wieder auf. Seine Hand hatte etwas berührt, dessen Form ihm schrecklich vertraut vorkam. Ein feuchter Knochen, schmal und lang, er warf ihn fort. Klappernd stieß der Knochen gegen andere. Rolf richtete den Strahl der Lampe nach unten und erstarrte. Der Boden vor ihnen war bedeckt von Gebeinen. Hände, Füße, Schienbeine, Köpfe. Und diese Schädel waren nicht fremd. Sie waren menschlich. Die Form stimmte, die Größe, alles. Bis auf die Tatsache, dass schartige Löcher in ihnen klafften. Die Schädel waren mit roher Gewalt eingeschlagen worden. Rolf musste wirken. Die fremden Häupter an den Wänden dagegen schienen unverletzt. Man hatte sie lediglich säuberlich aufgereiht. Wie in einer Krypta. Die Menschenköpfe am Boden hingegen waren zerstört und achtlos weggeworfen worden. Wie in einer Opfergrube. Zusammengenommen konnte das nur heißen, wir müssen hier raus, zischte Rolf, sofort. Aber Frank hielt ihn zurück. Warte, dort hinten. Am Rand des Knochenhaufens zeichneten sich die Umrisse eines Lorchs im Boden ab. Ein schwarzer Schlund so breit wie der Umfang eines Mannes. Frank hätte nicht sagen können, woran es lag. Neugier, Verwegenheit. Aber das Loch zog ihn wie ein magischer Ort an. Ehe Rolf protestieren konnte, ging Frank hinüber. Die Knochen knirschten unter seinen Bergstiefeln. Er richtete den Lichtstrahl in die Schwärze und war augenblicklich gebannt. Das Loch mochte zwei Meter tief sein. Dort unten lag ein weiterer Hohlraum und auf seinem Grund glitzerte und funkelte es wie in einer Schatzkammer. Lass mich hinunter, rief er seinem Freund zu. Rolf, widerstrebend, doch letztlich von Forscherdrang übermannt, band sich das Seil um den Leib und stemmte die Füße ein. Er sah Franks gelben Helm durch das Loch verschwinden. Dann ließ der Zug nach. Der jüngere Befahrer war unten angekommen. Verdammt, halte seine Stimme herauf. Das musst du dir ansehen. Hier sind Münzen, jede Menge davon. Ich kenne mich ein bisschen aus und ich sage dir, das Zeug ist alt, historisch. Diese Prägung hier sieht aus wie das Porträt von irgend so einem König aus dem Mittelalter. Und hier, ich löffle nur noch Müsli, wenn das kein mänetianischer Doge ist. Hey, sogar der olle Fritz ist vertreten. Moment mal, was ist denn das? Metallisches Rascheln stieg aus der Tiefe an Rolfs Ohren. Frank schien im Schatz zu wühlen. Scheiße, wir sind reich. Hier liegen mindestens zehn Barren Nazigold. Der Reichsadler ist drauf. Rolfs Verstand arbeitete auf Hochtouren, während er versuchte, das Puzzle zusammenzusetzen. Nazigold. Vielleicht war der vergessene Stollen am Ende des Zweiten Weltkriegs als Depot benutzt worden. Irgendjemand hatte schließlich immer gewusst oder geahnt, dass er existierte. Aber da waren auch Münzen aus mehreren Jahrhunderten. Gespaltene Schädel, fremdartige Gebeine und alte Bergmannslampen, die man zurückgelassen hatte. Und zwar nicht freiwillig, wie Rolf vermutete. Schnapp dir was von dem Zeug und dann raus hier, rief er seinem Begleiter zu. Der Frank antwortete nicht. Und als Rolf ins Loch leuchtete, sah er nur das Funkeln des Goldes und Franks gelben Grubenhelm, der als ein Fremdkörper zwischen den Schätzen lag. Von dem jüngeren Mann fehlte jede Spur. Panik, ergriff Rolf. Er wandte sich zur Flucht. Keuschend hastete er den Weg zurück, den sie gekommen waren. Er schlug sich die Knie an Steinen auf, zerriss sich die Handflächen am schartigen Fels und nur sein Helm bewahrte ihn davor, sich den Kopf an der niedrigen Stollendecke zu verletzen. Auf allen Vieren kroch Rolf dem Ausgang entgegen, von Furcht getrieben und die Wände schienen sich zusammenzuziehen, um den Mann einzuklemmen, der es gewagt hatte, den Blutstollen herauszufordern. Dann schlug er der Länge nach hin. Der Aufprall am Boden hinterließ eine schmerzhafte Scharte in seinem Kinn. Rolf schmeckte Blut und realisierte, dass er sich auf die Zunge gebissen hatte. Er wollte weiter, doch es ging nicht. Seine Füße hingen fest. Er strampelte ohne Erfolg. Rolf spürte, wie etwas seine Knöchel umklammert hielt, warf sich herum und sah im Lampenschein bleiche, skelettartige Finger, die nach ihm griffen. Sie schienen aus den Wänden zu wachsen. Die Querschläge. Arme waren aus den Seitenstollen, die zu schmal für einen Menschen waren, hervorgeschossen. Zu schmal für einen Menschen, doch nicht für diese Dinger, die ihn gepackt hielten. Ein namenloses Grauen. Der Stollen war eine riesige Falle, ein langer Schlauch, in dem die Beute nach Belieben von den Seiten angegriffen werden konnte. Das Walenzeichen draußen über der Höhle kam Rolf in den Sinn und er begriff, dass der Totenschädel, der nicht zu passen schien, kein alchemistisches Symbol war. Kaput, mortuum, morellensalz, was für ein Trugschluss. Der Schädel war das universellste Zeichen, das Menschen je erdacht hatten. Das Symbol für den Tod. Irgendein Wale wollte denen, die nach ihm kamen, eine Warnung zukommen lassen. Du wirst Gold finden von denen, die vor dir kamen. Aber du wirst auch den Tod finden durch die, die hier hausen. Die Warnung war nicht verstanden worden. Viele Male nicht. Auch heute nicht. In einer letzten Kraftanstrengung gelang es Rolf, sich loszureißen. Er robbte weiter, eine Spur aus Blut hinterlassend, denn etwas hatte ihm die Füße abgeschnitten. Eine Klinge, nicht von dieser Welt und so scharf, dass er den Schnitt kaum spürte. Rolf hatte schon viele Meter zurückgelegt, ehe der Schmerz ihn einholte. Vorn tauchte jetzt ein heller Fleck auf, kaum mehr als eine Ahnung zunächst, aber der alte Mann kroch beharrlich darauf zu. Tageslicht, das zum Mundloch hereinfiel? Oder nur der helle Schein, der einen Sterbenden zu sich rief? Egal, Hauptsache hier raus, dem Grauen entrinnen. Es war der Stolleneingang. Mit blutenden Händen zog Rolf sich am schartigen Fels nach draußen. Aber er kam nicht weit. Etwas packte seine Beine und zog ihn ins Loch zurück. Dünne, knotige Glieder, wie die Finger von Kindern, doch sehnlich, stark und unbarmherzig. Er weigerte sich aufzugeben. Dann landete der große alte Rabe vor dem Mundloch, musterte den kämpfenden Mann aus schwarzen Augen und hackte nach seinen Händen. Rolf verlor zwei Finger, ehe er unterlag und ins Dunkel des Blutstollens geschleift wurde. Monate später Der Gesang von Waldvögeln übertönte das Kischern der beiden Teenager, die sich zwischen Moos und fernen Hügel anbewegten. Nun sagt schon, was gibt es hier Cooles zu sehen, wollte das Mädchen wissen. Das da, der Junge teutete ins Rund. Ich sehe bloß Bäume. Mag sein, aber das ist die Stelle. Naja, vielleicht nicht genau, aber zumindest ist hier das richtige Waldgebiet. Welcher Wald? Der Wald, in dem im Frühjahr die beiden Männer verschwunden sind. Hier war das? Es stand was in der Zeitung darüber. Genau, die beiden wollten in dieser Gegend einen alten Stollen suchen. Sie sind nicht wiedergekommen. Hab ich gelesen, haben die damals nicht die ganze Gegend nach ihnen abgesucht? Das Mädchen schaute sich um. Nicht wirklich, die Polizei hatte nicht genug Leute, aber sie haben Hubschrauber eingesetzt, die mit Wärmebildkameras darüber geflogen sind. Sie haben nur nichts gefunden. Ja, ich erinnere mich, aber was soll daran Cool sein? Der Junge machte eine dramatische Pause, wies dann auf den Felsen vor ihnen. Das da, ein Berg, na und? Das Mädchen war nicht beeindruckt. Das ist nicht bloß irgendein Berg. Weißt du noch, dass sie gesagt haben, der Stollen, den die Männer gesucht haben, den würde es gar nicht geben? Nun, das stimmt nicht. Ich habe ihn nämlich gefunden. Wir sind gleich da. Das Vogelgezwitscher verstummte, als plötzlich ein Rabe krächzte. Er saß auf dem Felsen und blickte den beiden Teenagern wachsam entgegen. Der, meinte der Junge, sitzt immer hier. Keine Ahnung, was er sich davon verspricht. Das Vogelgezwitscher